Das Gewinnergeräusch Wir haben diesen wunderbaren Kopfschmuck hier auf, weil es bei uns gerade nur ums Hören geht. Wenn ihr uns verratet, was das aktuelle neue 107.7 Gewinnergeräusch ist, nämlich das hier, dann könnt ihr ordentlich abräumen. Also schnell Tipp abgeben auf die neue 107.7.de. Dominika, was gibt es zu gewinnen? Ja, wenn ihr richtig liegt, dann kriegt ihr diese wunderbare Sonos Play One Box, mit der könnt ihr kabellos Musik hören in eurer ganzen Wohnung, vom Handy, vom Tablet. Ist eine richtig coole Soundanlage.